Aaaaaaah! Weg mal! Weg! Yo an alle die aktiv auf Juno sind, wir streamen heute um 18 Uhr auf juno.com slash schinkenballers Link in der Beschreibung Ich würde uns freuen, wenn ihr natürlich am Start seid Des Weiteren, Freunde, wollen wir nächste Woche Videos aufnehmen, die zusammenhängen mit Instagram Das heißt, wir werden eure Fragen benötigen auf uns ein Instagram-Profil Die seht ihr einmal hier und einmal hier und natürlich auch die Links in der Beschreibung Deswegen, ja, folgt uns auf Instagram, um teilzunehmen an den Videos Jo, und jetzt viel Spaß! Taaag Leute, Coinschwing ist wieder angesagt Wie ihr gesehen habt, hat der Max mir mal wieder richtig gegeben, was heißt das für euch? Ganz einfach, Max hat heute Geburtstag, dritter, fünfter, was soll ich sagen? Wir haben eine Torte, wir haben einen Böller, was passiert? Böllereien in die Torte, schön tief muss der Böller natürlich sitzen Der darf ja nicht irgendwie drin sein So, bisschen Zündschnur rausgucken lassen Und jetzt ist eigentlich Und der Max kommt Und der Max kommt Warte erst Boah Leute, das war ganz schön knapp Max hat aber noch nichts mitbekommen, er ist wieder nach oben gegangen Wir haben den Kuchen jetzt geholt, die Kamera steht Ich bin ready, ich hol gleich Max rein, werd ihm sagen, ich werd ihm die Augen verbinden Was weiß ich, ich hab ne Überraschung für ihn Ich hab jetzt noch ein bisschen umfunktioniert Ich hab den Böller hier außen rein gesteckt, dass auch wirklich nichts ins Gesicht geht Aber wir überziehen irgendwie das Gesicht noch komplett mit einer Mütze oder so Und ja, ich würd sagen, wir holen ihn Oh mein Gott, ihr seht's Ich bin... Ich hoffe, da passiert nichts Schlimmeres Bis dann, Freunde Bis gleich und ciao Du zockst ja sehr gerne, gell? Ja schon Ja Und da dachte ich mir, such mal was passendes raus Ja was denn? Eigentlich haben wir ja immer gesagt, wir schenken uns nichts der Woche Alter, wie lange laufen wir auch so... Ah, egal Ja, also Max Ja Haha Darf ich auch machen? Nein Das ist... Nein Warum nicht? Warum nicht? Ich zäh runter von 10, ok? Du bleibst einfach kurz hier stehen Ja, also... Du bleibst einfach kurz hier stehen Warum bleib ich runter, warum? Du bleibst einfach kurz hier stehen Hä? Du musst es holen oder was? So So Du bleibst einfach kurz hier stehen, ok? Ja Max, zock dich ein, kannst du noch nie Alter, lass uns... Nein Nein Max, du hattest so'n Geschenk So'n Geschenk hattest du noch nie Max, wirklich Ja, ok Wirklich noch nie Ich hab noch nie so'n Geschenk gesehen Alter In 10 0 Alter, ich zähne schreibe ich mal sache Hahaha Nein Nicht gucken Das ist mit Feuerwerk Achso Hahaha Scheiße Aaaaaah Aaaaaah Scheiße Hahaha 1, 2, 3, 4 Das war ja mal gar nichts Du Scheiße Mann Hey Mann Aber hier voll Du Spastchen Bis hierher aber dich hat nichts geklappt Ja, Freunde, die da oben könnt ihr euch anschauen Die da oben könnt ihr euch anschauen Warum hat's nicht funktioniert? Warum? Chris Da darf man nicht so nah hängen Ähh 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 Meine Fresse Richtig Das war ja die schlechteste Styrache ever Hahaha Hahaha Das war ja die schlechteste Styrache ever Nein, das ist nicht Hahaha Hast du's drauf? Max? Was? Max? Hast du's drauf? Wenn du ein Ehrenmann bist Komm her Hahaha Nein Scheiße Wenn du ein Ehrenmann bist Hahaha Wenn du ein Ehrenmann bist Wenn du ein Ehrenmann bist Hahaha Aaaaaah Huuuuh Hahaha Hahaha Du Ballermann, Alter In die Kamera für deinen Geburtstag Komm her Bist du stark aber Komm her Nur leicht Drei Zwei Eins Hahaha Jetzt komm her Jetzt magts Hahaha Was? Hahaha Ja, verdammt mir meinen ganzen Spar Hahaha Hahaha Tschüss Chris Schreibt doch dem lieben Chris mal Prankvorschläge in die Kommentare, dass er mal weiß was er machen soll Weil das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert Auf jeden Fall war es ein toller Geburtstag bisher ja Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben damit es euch gefallen hat Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder Tschüss Ich finde gut Ich finde gut die Rache Schon gut aus Ja Und das Ende ist halt auch 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go I Danke Qui Wie